Der Sowjet-Diktator Josef Stalin wurde erpresst. Dies behaupte nicht ich. Und gleich mehr dazu. Aber vorher, ich danke Tim Kellner, dem Love Freeze, für die folgenden Sekunden. Wir hören am besten mal alle rein. Freunde, der Love Freeze meint es nur gut mit euch und hat deshalb heute eine kleine Empfehlung für euch. Die große Täuschung. Hier, neues Buch von Thorsten Schulte und Dr. HC Michael Hesemann. Ein richtig geiler Schinken. Danke dem Love Freeze und vielen anderen dafür, dass sie helfen, trotz der heruntergeschraubten Aufrufe hier und anderswo mein neues Buch, die große Täuschung, bekannt zu machen. Danke, Tim Kellner macht super Videos und nimmt die Politik aus Korn mit viel Humor. Mit Humor kann man ja vieles dann doch noch einigermaßen ertragen, aber ernst bleibt es dennoch, was hier geschieht. Mein neues Werk wird definitiv mein letztes Buch sein, denn nach diesen 484 Seiten kann ich nichts mehr toppen. Für mich interessant, wem ich am Ende dieses Videos alles danken kann, aber leider, viele, die mein neues Buch kennen, beteiligen sich an dem Totschweigen des Mainstreams. Es gibt eben auch eine kontrollierte Opposition, viele, die nur schwätzen, aber die euch in Wahrheit von der Wahrheit fernhalten. Mein neues und nochmals letztes Buch packt wie kein zweites die heißesten Eisen an und liefert für alles Quellen und Beweise. Und jetzt zu den handelnden Personen in diesem Video. Josef Stalin war der Diktator der Saud-Union von 1927 bis zu seinem Tod 1953. David Ben-Gurion, er war von 1948 bis 1953 und von 1955 bis 1963 Ministerpräsident und Verteidigungsminister Israels. Und er war der Widersacher und Gegenspieler des US-Präsidenten John F. Kennedy. Was sich ja bereits zeigte und dem Buch mit ganz sauberen und überzeugenden Quellenbelegern. Und dann fällt gleich noch der Name von Richard Gehlen, der von 1956 bis 1968 erster Präsident des Bundesnachrichtendienstes war. Und von Alan Dulles, der kommt auch zur Sprache. Beiden hätte man etwas untergeschoben und Dulles war immerhin Chef des US-Geheimdienstes CIA von 1953 bis 1961 und wurde dann von Präsident John F. Kennedy gefeuert. Und ausgerechnet der Typ, der von ihm gefeuert wurde, darf dann einer der Chefauflehrer der Ermordung Kennedys am 22.11.1963 spielen. Und jetzt zu den Akteuren. Wir wissen bereits, dass laut den beiden israelfreundlichen Buchautoren kein Geringerer als David Ben-Gurion Josef Stalin erpresst und verraten habe. Wie konnte jemand den großen Diktator der Sowjetunion und Vater des großen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945 erpressen? Reinhard Gehlen kennt sicher noch einige Leser. Er war Generalmajor der deutschen Wehrmacht und Leiter der Abteilung Fremdeheere Ost. Ab 1947 war Gehlen Leiter der nach ihm benannten Organisation Gehlen, so wie von 1956 bis 1968 der erste Präsident des Bundesnachrichtendienstes. In der deutschen Wikipedia findet man unter Reinhard Gehlen nichts über Max Network. In der englischen Version jedoch schon. Die israelfreundlichen Autoren des Werkes Secret War Against the Jews enthüllen Interessantes. Ein alternder Israeli habe ihnen gegenüber behauptet, dass eine Handvoll Juden den Zweiten Weltkrieg gewonnen habe. Die kleine Gruppe westlicher und kommunistischer Geheimdiensoffiziere, die sich zu diesem Thema den Autoren gegenüber äußerte, stimmte demzufolge mit dem Vorbehalt zu, dass etwas Prahlerei im Spiel sei. Sie sprach von dem jüdischen Spionagenetz mit dem Codenamen Max, das wohl mehr zur Zerstörung des Dritten Reichs beigetragen habe, als alle westlichen Geheimdienstoperationen zusammen. Er sei der wichtigste Teil des zionistischen Geheimdienstes gewesen, wir wissen ja, wofür der Zionismus steht, der dazu beitrug, die Schlacht um die Gründung des Staates Israel zu gewinnen. Genau das war ja das Ziel der Zionisten. Demnach sei es eine der größten verdeckten Operationen aller Zeiten gewesen. Man habe die Deutschen mit wahren Informationen gefüttert, um sie dann in einer falschen Sicherheit zu bewegen. Dann lockten die Agenten die Nazi-Division an der Ostfront in eine Reihe von Todesfallen. Die erste Falle war Stalingrad. Die nächste war die gigantische Schlacht von Kursk, in der Hitlers Panzerdivision abgeschlachtet wurden. Die letzte Falle bestand darin, Deutschland vorzugaukeln, dass die Rote Armee 1944 kurz vor dem Zusammenbruch stand, während sich die Sowjets in Wirklichkeit auf den massivsten Angriff des Krieges vorbereiten. So die beiden israelfreundlichen Autoren. Es sei keine Übertreibung zu behaupten, dass die faschistischen Juden des Max-Netzwerks mehr zur Niederlage der deutschen Armee beigetragen hätten, als alle westlichen Geheimdienste zusammen. Laut den beiden Autoren waren aber nicht nur die deutschen Generäle fast bis zum letzten Tag leichtgläubige Narren. Das Max-Netzwerk sei der Preis gewesen, den Alan Dulles unbedingt haben wollte. Es würde ihn nach dem Krieg nicht nur zum König der antisowjetischen Spionage machen, sondern Max verfügte laut den beiden Autoren auch über geheime Kommunikationseinrichtungen, die während des Krieges von den Alliierten nicht entdeckt werden konnten. Der Schlüsselsatz ist dann zu lesen, Dulles wusste nicht, dass das Max-Netzwerk tatsächlich für die Sowjets arbeitete und noch weniger, dass die jüdische Abteilung letztlich den Zionisten gegenüber loyal war. Das Max-Netzwerk Alan Dulles und Reinhard Gehlen, dem ersten Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes unterzuschieben, erwies sich demzufolge als Schlüssel zur sowjetischen Vorherrschaft in der ersten Hälfte des Kalten Krieges. Zwei ehemalige israelischen Geheimdiensoffizieren zufolge, so die beiden israelfreundlichen Autoren, forderte der GRU, also der ehemals sowjetische und heutige russische Militärnachrichtendienst, David Ben-Gurion auf, seinen Preis für sein Schweigen über die wahren Hintergründe des Max-Systems zu nennen. Ben-Gurion sagt ihnen, was er wolle. Ein Land. David Ben-Gurion sei bereit gewesen, über die Hintergründe des Max-Netzwerks zu schweigen, als Gegenleistung für eine Umkehrung der sowjetischen Position zur Teilung Palästinas. Diesen Kurswechsel zugunsten der Gründung Israels zu akzeptieren, sei für Stalin laut den beiden Autoren nicht leicht gewesen, denn sie schreiben, der sowjetische Diktator war einer der größten Antisemiten aller Zeiten. Nach dieser Behauptung erzählen sie den bitteren Witz, dass man in tausend Jahren an, naja, ihr wisst schon wem in der deutschen Geschichte, als einen kleinen Tyrannen erinnern wird, der zur Zeit Stalins lebte. Zitat Ende. Der sowjetische Führer sei alles andere als ein Unterstützer der Zionisten gewesen. Später erfährt man von den beiden Autoren, dass David Ben-Gurion nach dem gewonnenen Unabhängigkeitskrieg Israels zwischen 1947 und 1949 heimlich Stalins Doppelagenten an den amerikanischen Geheimdienst verraten habe. Diese hätten dies jedoch aus politischen Gründen ignoriert. Ja klar, die wollten natürlich sich diese Peinlichkeit ersparen. Es wäre sehr peinlich geworden in der westlichen Öffentlichkeit. Und wir blenden neben mir noch mehr ein. Aber ich will mich beschränken auf den folgenden Text. Bis unmittelbar vor Stalins Tod am 5. März 1953 durchdrangen dem Bericht zufolge sechs Wochen lang täglich die Berichte über die verräterischen Ärzte und ihre Komplizen jeden Bereich der sowjetischen Gesellschaft. Am 1. Mai 1953 verabschiedeten sich Stalins Gäste um 4 Uhr morgens mittags. Gegen 12 Uhr rechneten die Leibwachen damit, dass Stalin aufsteht. Aber es geschah nichts. Niemand wagte es, nach dem Rechten zu sehen. Denn angeblich wollte niemand ohne seinem Befehl handeln. Erst um 22 Uhr sahen laut dem offiziellen Bericht die Wachleute nach und fanden Stalin im Unterhemd auf dem Boden liegend. Er sei bei Bewusstsein gewesen, jedoch unfähig zu sprechen. Am 5. März 1953 stellten die Ärzte um 21.50 Uhr den Tod des Diktators fest. Man muss schon in meinem Buch auch zwischen den Zahlen lesen. Vor allem kann ich Ihnen in Videos nicht alles sagen, was ich denke und was im Buch geschrieben steht. Der rote Faden wird sichtbar in den kommenden Wochen und Monaten. Mit vielen weiteren Videos. Darunter auch nochmal zu Josef Stalin und dem, was der Sowjet-Diktator tat, nachdem er den Gründer der Roten Armee Trotsky, Lobo Nebronstein, was schon viel sagt, 1927 aus der kommunistischen Partei warf. 1940 ließ er den Mann dann sogar in Mexiko umbringen. Es gibt noch viel zu erzählen und meine Bitte helft mit bei der Verbreitung des Wissens. Auch über Putin werden wir noch Interessantes erfahren. Und auch bitte ich euch, dieses Buch in Amazon und anderswo fair zu bewerten. Tennis stecken drei Jahre meines Lebens in diesem Buch, das definitiv mein letztes sein wird. Und es gibt ganz viele Ein-Sterne-Bewertungen, die nur so von Polemik strotzen. Ich danke vielen, wie Dr. Bodo Schiffmann, Oliver Jannich, Markus Heinz, wir sind viel mehr, Helmut Reinhardt von Politik Spezial und vielen anderen, die mithelfen, mein neues Buch bekannt zu machen. Auch nochmals mein Dank an Tim Kellner. Alles Gute und Gottes Segen euch allen. Gelobt sei Jesus Christus. Und ich freue mich auf die vielen kommenden Wochen und Monate mit weiteren Videos. Euer Thorsten Schulte. Ich freue mich auf die vielen Wochen und Monate mit Ihnen.